Also bitte Richtung Norden schauen, wo wir die Botschafter der Schweizer Luftfahrtswette haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Präzise wie ein Schweizer Uhrwerk, imposant wie die Schweizer Bärkulisse und genussvoll wie die Schweizer Schokolade. Das ist die Patrouille Swiss. Im Namen der Schweizer Amäe sowie dem Kommando der Schweizer Luftfahrt, darf ich dich wie hier am Contardo 2016 herzlich zum Flugprogramm der Patrouille Swiss begrüssen. Kommandant Nils Hämmerli und seine Crew heißen Sie herzlich willkommen an Bord. Swissness, Schweizer Präzision und Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau seit mehr als einem halben Jahrhundert. Die Patrouille Swiss der Schweizer Luftfahrt gilt als Visitenkarte der Schweizer Amäe und repräsentiert mit ihrer Show die nächsten 20 Minuten Schweizer Werte im In- und Ausland. Legen Sie sich zurück und genießen Sie die Show der Botschafter in der Lüfte. Spannende Musik Nur werden zwischen 3 und 5 Meter verlieren und diese Beige schon in der Ecke ist vorbei. Das ist ein Challenge für die beiden Säusten, diese Scheren aus dem Hauptverband aus und eröffnen das Solo-Programm. Meine Damen und Herren, meistens sind die beiden Solo-Piloten der Forderung Swiss auf dem Fall Michael Weister und Kapitän Geil Nascha. Willkommen! Der Verbandpilot, den Sie hier sehen, ist reine Handarbeit und verwandt von dem Piloten höchste Konzentration und Präzision und auf einer Distanz von 3. Der Organisations Fair Exploring Aviation Talent ist die Ausbildungsplattform der Schweizer Luftwaffe und bieten den umfassend geeignet an den Eingriffen zu tun. 200 Stundenkilometer habe ich mir sagen lassen. Wir zeigen jetzt, wie es mit 1000 Stundenkilometer geht. Meine Damen und Herren, zur Eröffnung des Gotthard Basistunnels. Die Patrice Swiss mit dem Tunnel! «Wenn Sie, der Tat in den Fall wollen, gehen wir in die 5-10-1-2-6-1-8-50-1-5-7-5-6-4-7-6-6-8-5-6-0-8-6-6-6-7-6-1-6-6-6-6-6-6-3-7-6-6-6-6-7-6-7-6-6-7-6-6-7-6-6-7-6-7-8-7-7-9-7-7-7-6-7-7-9-7-7,7-9-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7-7-7-7. Also, eine absolut einmalige Vorführung nur für heute. Wir haben das gestern trainiert und präsentieren es heute. Dynamik, Eleganz und Präzision, das ist das Markenzeichen dieses Kunstflugdienst der Schweizer Luftwaffe. Mit attraktiven Formationswechsel und abwechslungsreicheren Figuren bieten diese Militärpiloten eine äußerst professionelle Flugvorführung und dokumentieren die Leitungsfähigkeit der Schweizer Luftwaffe. Hier der Überflug in der Formation Yamato. Jetzt der Wechsel. Schauen Sie den Wechsel in die Formation Superflash. Der Abstand zwischen den Flugzeugen 3 bis 4 Metern und das bei einer Geschwindigkeit von ca. 150 kmh. Ich bitte Sie, behalten Sie die Flugzeuge mit der ganzen Präsentation im Auge, damit Sie diese präzisen Formationswechsel vielleicht mitverkommen können. Jetzt also der Wiederflug in der wunderschönen Formation genannt Superflash. Und jetzt den schneller und präzisen Wechsel in die patriotische Formation Pell. Sie können mitzählen, das Ganze dauert kaum 10 Sekunden. Jetzt. Und die Formation ist schon wieder bereit. Und vom 10 Wettwennetzwechsel in die Formation Wölken. Die Vorführung wird verfolgt vom Kommandant des P7-Teams, Oberstleutnant Daniel Stärpfli. Er ist hier mit beiden Büssen am Boden, mit einem Fuchtgerät ausgerüstet und liefert die Anleisungen an die Piloten, damit sie in den Genuss einer tollen Show kommen. Jetzt ein Überflug im Walken.